Na, Leute, zusammen, ich bin jetzt wieder heute in der Anschluss wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so heute ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen T3-Tokens gamblen und dazu bin ich wieder hier in Naxxramas unterwegs. Und zwar habe ich wieder ein paar Marken gefarmt und ich würde sagen, wir hauen ein bisschen was raus. Insgesamt will ich wieder 40 Tokens kaufen, heißt 120 von den Geißelsteinen bzw. umgewandelten Druckmittel des Todes ausgeben. Und diesmal dachte ich, ich hole mir mal die Hände, denn ja, Hände sind tatsächlich aktuell noch am teuersten und ich muss ein bisschen restocken. Dementsprechend würde ich sagen, kaufen wir jetzt hier mal 40 Tokens und gucken mal, was wir rauskriegen. Ich glaube, ich brauche einmal Hände zum Restocken und dann noch ein paar Schuhe und so, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Hände holen und den Rest muss ich mal schauen. Vielleicht kaufe ich mir den dann auch. Mal gucken. Aktuell sind die Preise so ein bisschen am fallen, aber ich habe eh noch ein paar Marken, deswegen, ja, gucken wir mal, ob wir da dementsprechend ein bisschen was an Umsatz machen. Juti, Hände haben wir alle gekauft, 40 Stück, dann gucken wir mal, was wir rauskriegen. So wie ich das mitbekommen habe, kann dieses Phylactium-Gewebe, das wird mit dem nächsten Patch dann accountweit und dann kann man es auch rumschicken. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht mehr mit dem Schurken, wie das letzte Mal, sondern schlichtweg hier mit dem Main. Dann muss ich mir nicht merken, auf welchem Char ich was hatte und dann ist das ein bisschen angenehmer, weil auf dem Schurken brauche ich halt unter anderem noch dann die T3-Sachen. Auf dem Main hier habe ich ja schon alles fertig gecraftet, also da sind wir komplett durch. Einmal das komplette T3-Set, dementsprechend konnte ich mir ja auch die Rezepte kaufen, um dann diese Upgrade-Teile für das T3 zu holen. Gut, bis jetzt sieht es ein bisschen mager aus, nur irgendwelche grünen Handschuhe, so rum. Und ja, muss mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was das wert ist. Also das ist schon mal ein bisschen was wert. 36k, das ist alles nichts wert. Ah, das können wir vielleicht noch machen. Hm, 1000. Also es muss schon über 1000 Gold wert sein, dass ich mir das antue, das in unser Haar zu schmeißen, ne? Weil, was natürlich dann immer wieder die Einstellkosten und die Zeit, da muss man schon immer ein bisschen drauf achten. Oh nix. Im Stream von den Leuten habe ich schon gehört, dass irgendwie die Dropshaws jetzt niedriger sein soll. Weiß nicht, ob das stimmt. Das erste Mal jetzt in der Woche, dass ich das Zeug aufmache. Hm, bis jetzt sieht es aber eher mager aus, muss ich sagen. Ah, das haben wir noch was, was das wert ist. Na komm, wir können es mal probieren. Knappe 1999. Wir wollen mal netzer sein, das kommt auch ins Auktionshaus. So, jetzt habe ich noch ein paar Dinger. Ich hoffe jetzt, dass da noch was rauskommt. Oh boy, vier Stück sind es noch. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Komm, zwei Stück sind es noch. Naja, ein bisschen Gewebe habe ich gekriegt. RIP. Also das war schon mal eine ziemliche Nullnummer an der Stelle. Schade. Ich glaube, den Kack können wir schon mal verkaufen. Also das brauchen wir alles nicht. Und die anderen, die kann ich ja mal schauen, dass ich jetzt in Sahar hau, ne? Eventuell verkaufe ich davon was. Dann kriege ich wenigstens ein bisschen Gold aus der ganzen Nummer hier raus. Naja. Und ein paar von dem Gewebe haben wir. Da können wir dann später, wenn ich mit den anderen Klassen mir mal T3 bastle, eventuell noch hergehen. Und vielleicht, ähm, ja, schon mal ein bisschen was als Anzahlung geben. Ne? Da muss ich nicht so viel beim Händler kaufen. Juti, war leider eine Nullnummer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Gambelt ihr auch auf T3? Habt ihr ein bisschen mehr Glück als ich? Und, äh, könnt da tatsächlich was umsetzen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao. Ciao.